Das Bestattungsinstitut Gomulski Wir, Manuela und Patrick Gomulski, stehen für Sachkenntnis, angenehme Zurückhaltung und persönliche Unterstützung. Wir respektieren sowohl die Wünsche der Verstorbenen als auch die der Hinterbliebenen. Daher betreuen wir jedes Anliegen so individuell wie möglich. Denn Verstorbene in Würde zu verabschieden, liegt uns ebenso am Herzen wie die Unterstützung der Hinterbliebenen. Ganz besonders Ihnen möchten wir in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen, Trost spenden und Freiräume für die Trauerarbeit schaffen. Unserer Rolle als einfühlsame Trauerbegleiter sind wir uns dabei stets bewusst. Suchen Sie gern das persönliche Gespräch mit uns. Wir nehmen uns Zeit und hören zu. Natürlich sind wir Ihr Ansprechpartner im Sterbefall und helfen sofort. Doch bereits schon zu Lebzeiten sind wir für Sie da. Auch unsere einfühlsame Beratung und letztlich das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Gern helfen wir Ihnen, die Kosten einer Beisetzung zu finanzieren. Ansprechende, erstklassige Aufbahrungen, die Durchführung sämtlicher Bestattungsarten wie Erd-, Feuer- und Seebestattungen und Alternativbestattungen, wie zum Beispiel Fluss- oder Waldbestattungen, zeichnen uns aus. Und bieten Ihnen individuelle Möglichkeiten. Sie möchten sich im Rahmen einer kostenlosen Trauervorsorge informieren? Besuchen Sie uns in Härten-Scherlebeck und lernen Sie uns bei einer Tasse Tee oder Kaffee persönlich kennen. Ihre Manuela und Patrick Gomulski Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020